Okay, ich hoffe es läuft. Das erste Mal im Querformat. Komisch, sieht man irgendwie gleich ganz anders aus, finde ich. Na ja, hallo ihr Lieben, ich begrüße euch herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe schon so lange überlegt einzumachen, habe es jetzt echt lange vor mir hergeschoben. Im Prograstinieren bin ich echt super, wenn ich das möchte. Aber jetzt ist es endlich soweit. Ich möchte euch willkommen heißen und möchte mich gerne vorstellen, gerade an die Leute, die mir jetzt noch nicht bei Instagram folgen. Ich bin Vivian Sophie und ich merke gerade, dass es doch irgendwie schwerer ist als gedacht, sich vorzustellen. Ich bin 30 Jahre alt, komme aus Berlin und lebe jetzt im schönen Berliner Umland. Bin natürlich wegen meinem Pferd rausgezogen, wegen Viona. Viona habe ich jetzt seit drei Jahren und sie ist als Jungpferd zu mir gekommen, komplett rot. Das war auch niemals der Plan. Ja, wir haben sie dann komplett aufs Leben vorbereitet, ihr alles beigebracht. Ich hatte dabei wunderbare Unterstützung von ganz, ganz lieben Freunden. Jetzt ist sie, lass mich überlegen, sechs? Wahnsinn, wie die Zeit vergeht einfach. Wir haben schon so einige Höhen und Tiefen gemeinsam durchstehen müssen. Viona ist ein Knappstrupper deutsches Reitpony Mix. Es war mir super wichtig, dass ein deutsches Reitpony mit dabei ist, weil ich die Charakterzüge, die Eigenschaften einfach so sehr mag. Und das genau das war, was ich für mich wollte. Durch den Knappstrupper hat sie jetzt noch ein bisschen Pepp und ja, auch eine bisschen stärkere Meinung und ein sehr hohes Selbstvertrauen, was super ist, weil sie einfach total unerschrocken ist. Ich bin ein reiner Freizeitreiter. Ich reite seitdem ich sechs Jahre alt bin. Ich würde aber sagen, dass ich echt noch große Defizite habe, noch sehr viel lernen kann und dafür bin ich auch immer bereit. Wie oft ich eigentlich schon M gesagt habe. Scheiße. Scheiße sagt man auch nicht. Neben dem Reiten habe ich noch andere Dinge, die ich sehr, sehr gerne mache. Ich mache super gerne Yoga, wenn ich nicht gerade zu faul bin. Ich liebe es zu singen. Am liebsten ganz laut und ganz schief. Ich habe eine absolute Liebe für Musik. Jedes Lied, was irgendwie angespielt wird, kann ich weiter singen. Absolut ohne Probleme. Egal aus welchem Jahrzehnt. Ansonsten liebe ich es zu tanzen. Völlig egal, wie es aussieht, aber es macht einfach so Spaß. Was mag ich noch? Ich habe einen Kater. Den liebe ich auch und ich habe einen Freund und ich wohne mit ihm zusammen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr jetzt hier mit dabei seid. Ich habe natürlich auch schon das erste Video für euch gedreht. Deswegen bin ich jetzt irgendwie so ein bisschen gezwungen, meine Vorstellung schnell zu machen, damit ich euch das andere Video teilen kann. Ihr könnt ja gerne mal abstimmen, wie oft ihr euch YouTube-Videos wünscht zu was für Themen. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit meinen Inhalten, mit den Videos. Ich hoffe, ihr habt Freude daran zuzusehen und könnt auch gerne jederzeit auf meinem Instagram vorbeischauen. Da heiße ich auch Vio und Vivi und nehme euch dort mit auf meinem Ponyalltag. Gerne könnt ihr uns dort folgen, mir auch Nachrichten schreiben mit Wünschen für YouTube-Videos und ich werde natürlich so viel wie geht versuchen umzusetzen und euch bei allem mitzunehmen. Ich freue mich auf das neue Format und bin froh, dass ihr dabei seid.